Sie haben es definiert, habe ich auf der Homepage gesehen, wenn ich es richtig behalten habe, haben Sie so geschrieben, vieles, was man sieht und hört, geht in den Kopf rein und schnell wieder aus. Aber was im Kopf drin bleibt, das ist dann ein Ohrenkuss. Eure Bühne, bitteschön. Trostdorf-Siegler-Krankenhaus. Als ich klein war im Bauch meiner Mutter, da war ich noch klein. Ich kam erst im Sommer, bin ich geboren, nachts um halb zwei sogar. Das war Wunderschön im Bauch von meiner Mutter.